Unser Projekt Coffee with Max Planck – Research Opportunities at the MPIE ist eine Eventreihe an sieben führenden europäischen Universitäten. Unsere wissenschaftlichen Gruppenleiter werden an die Universitäten gehen und dort ein Fachseminar halten. Die Zielgruppe sind Doktoranden der Universitäten und bei diesen Seminaren werden Travel Awards vergeben, die den Doktoranden ermöglichen, an unser Institut zu kommen, ihre Forschung zu präsentieren, aber natürlich auch unsere Infrastruktur kennenzulernen und somit auch unser Institut. Das Projekt war uns wichtig, zum einen um die Sichtbarkeit unseres Instituts an führenden europäischen Universitäten zu steigern, zum Zweck der Nachwuchsgewinnung, gleichzeitig aber auch um die Kontakte, die unsere wissenschaftlichen Gruppenleiter schon zu den Universitäten haben, zu institutionalisieren. Die größte Herausforderung war die Abstimmung mit den Direktoren, den Gruppenleitern, der Öffentlichkeitsarbeit und mir, dadurch, dass wir ein Projekt erarbeiten wollten, was machbar und nachhaltig ist. Besonders stolz bin ich auf den Abstimmungsprozess, der dazu führt, dass wir alle hinter dem Projekt stehen und gleichzeitig auch darauf, dass das Projekt der Start einer Forschungsmarketingstrategie ist, die wir vorher so noch nicht hatten. Ziel ist es, Nachwuchswissenschaftler an europäischen Exzellenzuniversitäten zu erreichen, um ihnen Karrieremöglichkeiten am Max-Planck-Institut für Eisenforschung aufzuzeigen. Längerfristig wollen wir mit dem Projekt dazu beitragen, wissenschaftlichen Austausch in Europa zu stärken. Zürich Untertitelung des ZDF, 2020